Jetzt aber die dritte Gruppe für heute, Anna Högberg Attac, das ist Anna Högberg Saxophon, Malin Wettering, eben Pfalz Sachse von Elsa Bergmann Bass, Anna Lund, Schlagzeug und Lisa Uehlen Piano. Sie hat gestern mit ihrem Quartett da gespielt, heute als Teil dieser Gruppe. Und jetzt weiss ich an, die wir vergessen haben. Niklas Banner mit Trompete. Viel Spass. Und jetzt weiss ich an, die wir vergessen haben. Und jetzt weiss ich an, die wir vergessen haben. Und jetzt weiss ich an, die wir vergessen haben. Und jetzt weiss ich an, die wir vergessen haben. Und jetzt weiss ich an, die wir vergessen haben. Untertitelung. BR 2018 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.